Hey Leute, da sind wir wieder bei Survival Games und ja, es geht einfach direkt wieder weiter nach dem Desaster Du hast gutes Internet, Flo Die Memme, ich kenne die nicht Ja, das... Hör auf, bitte, was kack Internet Das war gerade echt ein bisschen durch und an dem Ende Also, da spielt das so Wer ist ganz schnell mit Kistenöffnern, sagt schnell Ich nicht Ich auch nicht Okay, Flo, du rennst zurück, komm mal hinter uns auf den Baum, ist eine und dann da weiter und Nein, da kommt der andere dran Ich renne in die Mitte Ja, ich auch Ich hab's, die Kiste, da war aber Eisenheim 13 Okay, komm zu mir, ne? Gut Ich hatte eine ganze Kiste für mich allein Ja, lauf doch, lauf doch Ja, ja, ich folge dir Ja, das hab ich gerade nicht bedacht Ich hatte gerade ne... ich hab nen Bogen, ne? Ich hatte eine ganze Kiste für mich allein einfach nur Noi Bei 64er-Servival Games Ja, ich konnte die ganze Kiste plündern Ich voll krass, ey Oh, Schutze, das ist zu Ende und direkt sind mal ein paar gestoppen Ne, ist so immer so Wetten wir, der ist gerade in dem Moment runtergesprungen Wartet mal kurz Äh, ne, folgt ihr mir noch? Ja, ich bin schon Äh, ja Nimmst du die Kiste? Ich hab ne Holzsackst und ne Eisen Ich hab ne Goldschwert und nen Bogen hab ich noch Ich hab nen Lederhelm für einen Hier, hier Oh, du hast so einen Ich hab nichts Nein, ich hab keinen Helm Ey, Tom, hier, Tom Nein, ich hab ne Brust, sorry So Waffe? Hier ist ne Kiste, Leute, kommt mit Nein, hier ist eine Hey, Leder Ich bräuchte ne Waffe Ja, dann komm zu mir, bitte Ich hab keine Ich hab eine, ich hab eine für dich Wo bist du? Ich hab, äh, Gold und Festplate Äh, äh, blablabla Ketten Was denn für ne Waffe? Holzsackst Bräuchte auch Essen Äh, ich hab was Ja Ey, ich mein, guck mal, ne Holzsackst darf man nicht unterschätzen, ne Ich hab damit gerade einen mit dem Eisenschwert gekürzt Ja, damit brauchst du jetzt nicht immer angehen Ich hab ne Steinachst Tobi, wo bist du? Ich mein, der hat Ja, dann gib mir die bitte Millimeter weitergelauten Oder hast du keine Waffe Ey, hier, da hinten ist so ein Turm Lass zu diesem Turm mit der Kirche oder so Ist die Steinachst das Beste, was du hast? Ja Achso Hier, guck mal, du kriegst noch ein Holzsackst Nö Da ist doch noch ne Kiste, Flo Die hast du voll übersehen Da ist noch ne Steinachst Ja Kriegst du aber nicht, Torben Und ein Kettenhelm, Flo Äh, Kettenhemd Boah Ich kann nicht mehr reden Ja, kommt hier hin Ja Und du zu mir, wenn du das Kettenhelm Schon mal ein entspanntes Steinwerkzeug Oh, Kiste Na, immerhin Lederkappe Ich hab's dir zugeworden Danke Soll ich geh außen am Turm hoch? Tu das Ich geh in reine Äh, einer geht unten rein und der andere, der bleibt draußen und guckt Ich bleib draußen Ne, ich geh rein, weil ich hab den Weg schneller gefunden Nein, ich bin nur schon drin Ich auch Ja, aber ich bin hier Oh, jetzt seid so blöd Blöd Loll, dann gibt's ein Lederhäufe Ja, ich bin im Hauptturm Ach so, du bist nur im Turm gewesen Ach, deswegen war die Kiste schon gekleert, ich folg' einfach Torben Ja, hier gibt's nichts mehr Ja, wir sind bei dir, Tobi Ja, okay, geht wieder runter Okay, jetzt kommt der Leitertrick, ich werde sterben Autsch Haha, ich hab keinen Fallschirm bekommen Kommt Äh, ja, ich hab ein halbes Herz bekommen Ja, das ist zu viel Äh, seid ihr, ich bin jetzt Ah, ich komm nicht raus So, ich bin draußen, wo seid ihr? Äh, ich hab Eisenschwert, Holzschwert Na, äh, Ketten, äh, Goldschwert Ich brauch irgendeine gute Waffe Ja, ich hab ein Holzschwert Wo seid ihr, Leute? Ich hab ein Holzschwert und eine Steinaxt Habt ihr Pfeile, ich hab... Hier unten bei den Marktständen einfach weiter an der Kirche Ja, okay Äh, habt ihr Pfeile, ich hab einen Bogen, nämlich Ich hab ne Angel Danke, Torben Einen Bogen hab ich auch Ich hab ne Angel Bessere Rüstung, habt ihr bessere Rüstung? Ähm, ne Der Torben hat viel Rüstung, der hat das allem einmal Müll zugeworfen Besseres hab ich nicht Wieso hab ich eigentlich immer die beste Ausrüstung? Weil du die ganzen Kisten holst Wir sollen dir immer ran, äh, nachher, also ich schaue die Kisten Und dann kriegst du auch die Ausrüstung Nicht zu essen, nicht zu essen, hier ist Kuchen Also vom Kuchen solltet ihr essen, aber nicht Ja Ja, ich, äh, hab grad keinen Hunger Hier sind mehrere Kuchen, lass uns hier bleiben Das sind Küche... äh, äh, K... Weil es ist ja mehrzahl von Kuchen Oh, Moment, ich muss eben die Kuchen Die Kuchen Die Mehrzahl von Kuchen Kuchen, Sess Küchlein Oh, da ist ein komisches Haus, lass da mal reingehen Kuchen, Sess Klo, bist du hin, Torben? Kuchen, Sess Ja, n... I need food Okay, nichts essen, ich hab nen Kuchen, Torben Ja, Kuchen, Sess Oh, Kek ist allein Noch zwei Stückchen sind übrig, noch ein bisschen mehr Ja, danke Oh, Leute, das waren echt zwei Stückchen? Ja Alter, ich bin Gott Äh, wie soll... Lass man nicht die ganze Zeit springen, weil... Dann verlieren wir nicht so viel Hunger Wir können auch einfach ohne Sprinter laufen Ja, ja, nee, nee, ich hab uns Jetzt können wir springen Ja, aber weg Der hat Eid, ich seh, der hat Essen Ha Ne, komm, komm, lass lieber Kiste sammeln, der hat mehr, wer sagt Nein, komm Aber der ist so aktiv, weiß ich, der rennt, so, der hat Essen Goldtarnisch Freu nicht Ja, komm, der ist weg, lass, wir an, lassen, komm Okay okay aber ich brauche es er hatte kommt man hier ist so eine Plattform ernein wir gehen jetzt da liegt auf der Grau auf dem Mauskabert zu erheblich erheblich wenn er so und ich bin und seit ihr ach Tom da ich hab Tor hier hallo hier wo ach doch jetzt von gemein ich habe es sind kommen hier es ist ein Nenem 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 ich hab auch mehr Essen in den Hunden geblieben das ist so richtig kredan, Alter. Oh, oh, danke, Tom. Flo wurde gekritikt. Hinter uns ist ein Gegner. Wo? Ah, da. Wie viel Schaden macht... Ah, da kommt man rein, okay. Wie viel Schaden macht eigentlich eine Hand mit Kritiker? Ein Herz oder was? Sind was? Eine Hand mit Kritiker macht ein Herz. Keine Ahnung. Komm, das ausprobieren. Flo, zieh deine Rüstung aus. Ich hab ein Goldschwert. Ich brauch irgendwann ein Goldschwert. Okay, Flo, schlag mich mit Kritik. Pass auf, guck. Mit einer Hand, ne? Komm, jetzt zieh doch Rüstung aus. Lass dich töten. War das Kritik? Ich weiß nicht. Hallo, hier war schon jemand. Ein halbes Herz auch nur. Schwach. Wo seid ihr? Hallo? Ich hab noch eine Steinachs und eine Lederhose. Brauch ich ungefähr nur Hose. Hä, warum konnte ich dich nicht schlagen? Tobi ist ein Gamebot. Ich hab Goldschuhe für dich. Da unten. Ja, man kann die Melons mehr stören, Leute. Ja, nein, wir haben kein Essensproblem mehr. Tobi, komm, komm. Nein, hier sind ganz viele Melonen. Achso, ja, dann holt ich die Melonen. Ich kann nicht mit. Hahaha. Auch wenn ich genügend Essen nehme. Alter, du nimmst mir alle weg. Äh, Jungs, würdet ihr zu mir bitte kommen? Ja. Nein. Ich fühl mich so allein noch. Wie kommt man hier? Hier. Hier. Bei mir. Wo? Hier. Ach da. Ja, fein. Ja, komm. Guck mal, jetzt Ninja. Oh, nicht mit dem Schwert. Hier ist ein Crafting-Table. Ja, ohne Sachen macht das keinen Sinn. Ich will einige... Vielleicht hätte ich noch von euch craften können. Ey, Leute, wo seid ihr? Ja, auf dem Haus. Hier ist auch ein Crafting-Table. Ja, Steak. Leder, Kappe, Kuchen. hier, hier ja, Melonen ich hab noch ein Eisenschwert ja, Joey was hast du für eine Waffe Torben, komm her hey, ich hab doch hier ein Goldschwert hier ein Eisenschwert Feuerzeug, Angel, Kettenstiefel Melonen ey, da liegt ein Holzschwert, Flo ja, ich hab ne Steinach ist genau gleich gut oh, hier ist ein Melonenhaus, Torben komm mal hier rein Melons, Melons, Melons oben sind es Kürbischer Kisten ja, Melons Eisenstiefel, Feuerzeug Eisenstiefel, ich brauch noch einen Eisenhelm ey, hier geht's rüber ich geh hier rüber, ne, wenn ihr wisst, wo ich meine nö, ich hol mir grad Melonen okay, das ist du links zum Wasser, ich geh dann das sollte reichen hier ist nochmal ein Crafting-Tail du, 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 du das sollst du räuchern das ist noch ein Relikt hier da vorne im Wald hab ich auch ein Relikt ich hab ein Steinschwert ich, ich Mann, ich wollte die Spinnen wem, du Hund, ey ey, bist du bei mir? ey, habt ihr Hunger? hier komm her, ja äh, ich hab ganz viele Melonen nein, warum? teppich ich bin enttäuscht von dir, wir haben doch so viele Melonen scheiß drauf ach, ich kann den ja nicht kaputt machen, den kann nur Flo kaputt machen was braucht ihr noch Verrüstung? äh, hier, guck mal, hat, hat das hier ne? das geht nicht, man kann den nicht zerstören na, ich dachte, Flo kann das, aber dann geht das gar nicht äh, hat jemand noch ne bessere als, hat jemand Ketten oder Eisenhose? ne äh, Ketten oder Lederkappe? ja, hier, komm her Tobi, du bist ja, ah du hast aber Ketten, du hast gesagt, Ketten oder Lederkappe? äh hm, ich hab' nicht eingenommen, ich hab' nicht vorsichtig, nein Boah, Tobi, ich könnte, haha Flo, ich könnte, ich hab' ich hab' noch mal gesagt, weil der jetzt nicht getraut, dass er einfach so ohne Zugang mich darunterschlägt Boah, wenn du geschlagen, das werden auf ewig Feinde, weil ich hab' dich nicht da runtergehauen oh, fuck weißt du, es gibt hier nen Zaun-Tor, aber ich spring hier einfach drüber oh, wie viele, noch mehr wie wir einfach gar keinen finden, wir haben noch keinen Kill in der Runde gemacht und der ist einen gesehen man, ist... die ist viel zu groß aber ist echt ein bisschen frustrierend, so, dass man gar nichts killt mit seinem Schwert durch dieses Fleisch schlägt okay, ja, Leute, da ist sie das ja, ja, Leute, wie es sich gut geht. guckst du ne, baumотisch einer wo Alors L selfies Stjöner allij undoubtedly Andreas wundersch 7 im Unterdessen die elle Deco' gerade in die Kiste lanz وب A2 ja, ich habe habe nein oder wie kommt er ich habe Rüstung ergeben erbte als mehr hier Eisenhelm Eisenhelms vor der Stimme Leute wir können gar nicht hin gerade was passiert draußen in der großen Leitlin hat den Eisenhelm bitte so guck mal was ich ein Fluss hat nach an den Bandscheidern für die Art Jahrhälter die macht fünf Angriffsschaden ja hier ich habe auch mal als 1 schwer das habe ich ich habe Bogen hat der Pfeile? Nee. Ich hab, äh... Ich hab auch einen Bogen. Pfeile, aber auch einen Bogen. Ich auch. Ach so, kannst du mir die Hälfte abgeben? Oh, Spinnenweben. Warum gehst du Spinnenweben weg? Äh, weil ich dir eigentlich einen von euch gegeben wollte. Ja, die... Deinem restlichen Müll, ne? Da, ich geb dir drei Pfeile, die lege ich in die Küste. Äh, Leute, braucht jemand eine Angel? Nein, ich hab ein Steinschwert. Brauchen wir ein Steinschwert? Nee, ich hab eins. Tobi, guck mal in die Kiste, da sind drei Pfeile. Warum will nie einer von euch eine Angel haben? So, kommt mit. Wir gehen wieder zurück ins Haus. Da waren übelst viele Kisten. In was für ein Haus? Ich versteh nicht, warum keiner. Das ist ne Festung. Oder mehrere Häuser. Ne Wohngemeinschaft. Das ist ein kleines Haus. Eine WG. Das ist doch kein Haus. Das ist ne Festung. Das ist ein kleines Haus. Ja, für uns, für uns mit unserem YouTube-Money, ne? Ich geh zu Bayern rechts, hier sind die Lohnenräume. Ich hab ne Diaxt, Flo. Flo, ich hab ne Diaxt für dich. Achso, und gleich müssen wir mal kurz... Ich hab einen Kuchen und zwei werfbare Tränke der Heilung. Eisenbeinhose, äh, Eisenbeinhose? Bin ich bescheuert, ey? Ich kann kein Teufel. Hier, ich. So. Dann kriegst du auch den Eisenhelm. Ich hab ein Eisenschwert. Ja, gib mir Eisenhelm, du kriegst Hose. Okay. Eisenschwert, gib mir Eisenhelm. Möchtest du die Axt oder... Hier, Kettenhelm. Kettenhelm. Da, der liegt da. Danke. So, wir geben wieder die... Warum hört mir keiner zu? Ich wollte sagen, ich hab einen werfbaren Trank der Heilung. Boah, toll, Torben. Ich bin stolz auf dich. Wo waren denn nochmal die ganzen Kisten? Ich hab das schon wieder... Ja, hier, Tobi, komm mit. Hier. Hier hoch. Ach, die Kisten wurden aufgefüllt? Ja. Hier hoch. Hier. Junge. Flo, lernst du nicht? Ich hab Kettenstiefel. Ich bin übrigens voll leif. So, jetzt hier hoch. Jetzt hier lang. Und jetzt hier ist auch noch eine Kiste. Ich hab Kettenstiefel. Eine Kiste. Ich hab ganz viele Stöcker. Ich hab Kettenstiefel. Und jetzt geht's weiter hier lang. Komm mit, Leute. Wir gehen die gleiche Route... Tobi rennt schon einfach vor. Ich hasse diesen miesen Hurensohn. Hat jemand Eisenschuhe? Ich hab Kettenstiefel. Nee, Kettenstiefel habe ich... Ich hab Eisenschuhe. Ich mein, Eisenhose. Hat jemand Eisenhose? Ja. Oh, guck mal, da ist hier ein Kuchen. Ja, doppelt? Ah, schade. Ja, unser Kuchen steht immer noch. Mein Kuchen. Hier, guck mal, in die Kiste. Da liegen Sachen. In die Kiste liegen Sachen. Ja, die brauche ich aber nicht. Die Kiste liegen Sachen. Jetzt habe ich hier wieder Sachen eingesammelt. Hast du gehört, Turm? In die Kiste liegen Sachen. Äh, die Achse werf ich weg, ne? Brauche ja keiner. Stopp. Ach, Flo hat ein Eisenschwert? Ja. Hab ich geschenkt. Äh, lass mal zum Spawn gehen und verzaubern. Ja, ich hab kein Level leider. Keiner, ne? Okay, Volk. Ja, wo seid ihr? Ja, hinter dir. Volk. Wo bist du? Volk mir das Leben nicht mehr so viel. Wir müssen uns ballen. Hier. Hä, Flo, du siehst mich doch. Ja, ja, ich hab euch schon. Du brauchst noch Eisenchestplate und Eisenhelm, ne? Und ich Eisenhose. Also, kein Ding, wir sind nicht in Konkurrenz. Das werden wir alle Fully Eisen, Junge. Fully Eisen. Fully? Fully Eisen. Aber ich meine, Eisenhose oder Kettenhose macht nicht so einen großen Unterschied, nur einen halben Rüstungspunkt. Ähm. Keine Ahnung. Ah, ich hab noch einen, äh, ich hab noch Spinnenwebenwerte, die Spinnenweben-Torben. Komm her. Hier, kannst decken. Und ich hab einen, äh, Heilungstrank. Hab ich auch schon. Ja, dann gib dem Flo. Hab ich den oder du? Flo, komm her, ich hab einen Heilungstrank für dich. Ja, ich bin hier diesen Weg weitergelaufen. Ah, den Steg bin ich weitergelaufen. Ja, Flo, bleib stehen. Kriegst du einen Trank von mir. Lol, Leute, guck mal hier, könnte das eine Falle sein? Warum Pizza? Hier. Äh, das war mein Wecker. Flo, hinter dir. Äh. Äh, was ist hinter mir? Acht, den hab ich eingesammelt, okay. Wo müssen wir noch mal hin? Ich mach gefährliche Sachen. Where was the spawn? Warte mal kurz, Moment. Zwei Sekunden. Maybe hier. So, warte. Ach, nee, der war doch in der Luft irgendwo. Wer? Ja, der Spawn. So, wo seid ihr? Der Spawn war doch in der Luft, Tobi. Na, na, na. Doch, irgendwo hoch oben. Da sind wir doch am Anfang runtergesprungen. Da, oder? Ja, vor uns, vor uns, vor uns. Hier. Vor uns. Kommt, meet. Du, 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 du. Äh, okay. Renn ich richtig? Nein, ich komm da hin. Nein, da hin. Da. Aber jetzt in den Kisten, kommt. Warum rennt ihr da hin? Wir folgen diesem Cybertron. Äh, Tobi, wo hinschwert zwei XP? Jetzt kommt schon Spawn, komm, schnell. Ja, wo? Ja, hier, wo ich bin. Ich höre, dass ich ein Plan aus muss, wo es dann geht. I know the way, ja. Ähm. Ich hätte Torben, ne, wirklich, diesmal, weil es wirklich. Da ist ne Kiste. Äh, er noch. Eisenhelm, yes. Mann, ich brauche ne Hose. Ja, wir müssen Kisten sammeln. Ey, wir kommen ja nicht hoch, Torben. Ja, ist da der Spawn, bis zu dir so klar. Okay, äh, ja, dann müssen wir nochmal irgendwie da hochkommen, Flo. Ich weiß, wo man da hochkommt. Ja, ne Eisenhose. Da war ein Item in der Kiste und das ist ne Eisenhose, Alter. War beim Helm aber auch so. Nice. Danke. Aua. Ich hab dich geangelt. Hier kommt mir noch hoch. Geangelt? Wie so ein Fisch? Hier, bei mir. Ja, ich komme mir auch hoch. Wie so einen richtig dicken Fisch. So, Torben, wo bist du? Eigentlich will ich mir die Kiste da holen. Kann ich ja auch. Ui. Brot, gebratenes Hühnchen und ne Angel. Hab ich aber alles. So, ich bin beim Spawn. Äh, jetzt lang? Äh, ja, warte. Wir können den Weg nicht. Wir sind nicht. Ernsthaft? Das sind einfach solche Dinger, die man hochlaufen muss. Ja, ich glaub, hier ist ne leere Kiste. Ich glaub, hier müssen wir lang. End. Charting Table. So, jetzt ist hier Ding. Oh, am Spawn war noch keiner. Was? Eisenstiefel, Flo, fully iron. Fully iron war jetzt auch schon. Nein, ich brauch Eisen-Chestplate. Achso. Torben. Boah, ich gönn mir gerade, ne? Ein bisschen gönn ich mir. Nimm gut. Ne, da ist nix drin. Aber da war Torben dran. Äh, ich brauch noch ein, zwei XP-Bottle, dann bin ich Level 4, ne? Ja, dann kannst du mir auch mein Eisen-Chestplate verzaubern. Okay, Flo, pass auf, dass jemand kommt. Hey, dann kannst du ja alle Eisen-Schwerter für uns verzaubern, Tobi. Ach. Hier ist Essen. Hattest du ja vor. Eisen-Chestplate! Ja! Ja, geb ich dir aber nicht. Ey, warte, Flo. Flo, du musst beschützen. Hier. So, Schärfe 1. Gib mir euer Schw... Äh, gib mir das nächste Schwert. Da, da liegt es. Ah, da. Ja, gib her. Schmeiß rein. Schmeiß zu mir. Flo, du kannst... Schärfe, nächstes, Flo, nächstes. Gib her. Hab ich. Haltbarkeit. Also hier liegen zwei Eisenschwerter, zwei verzauberte, ne? Eins mit Schärfe, eins mit Haltbarkeit. Boah, Tobi, meins ist natürlich der beste Müll. Nein, du hast eins mit Schärfe. Nein, ich... Ja... Oh, dann hast du das falsche gegeben. Tut mir leid. Da ist doch scheißegal, das... Das war... Äh, außerdem... Ja, ich weiß. Äh, da ist nichts mehr. Sind wir alle full iron? Ja. Kann ich irgendwas... Kraftenkraftenkraftenkraften... Äh, ja, lass mal hier die Eisensachen uns auch rausnehmen. Ich kann einen Melonenblock kraften. Kraften, kraften. Guckt es euch an. Alter, Torben, mir ist überall Essen noch. Kann man sich eine Melonen auf den Kopf tun? Nö, leider nicht. Äh, nehmt man hier alle guten Sachen aus. Also so Steinschwert und Kettenrüstung. Die nimmt raus. Steinschwert, Kettenrüstung, Eisen, Kettenrüstung. Und Essen am besten auch. Guckt mal. So. Torben, looky, looky. Hör auf. Du kriegst gleich einen Pfeil. Ach, ich hab sogar auch Pfeile. Jeder doch. Buh, buh, buh. Äh, warte, hier ist jetzt voll... Äh, voll mit Eisen, ne? Ja. Voll mit Eisen-Zeugs. Voll mit Eisen. Äh, wir haben noch Pfeile. Ich brauch Pfeile. Ich hab nur sechs. So. Torben, wie viele Pfeile hast du? Sieben. Und du? Drei. Drei. Moment, dann gebe ich dir ein und Torben gebe dir ein. Nein, ist okay. Tobi, komm. Komm mal zu mir. Nein, Tobi, komm mal zu mir. Tobi, komm zu mir. Ich hab ne Überraschung für dich. Eifuß, Tobi. Ich schenke nämlich Spinnenweben. Nein, bleib mal stehen. Wie viele waren das? Ist da einer? Ey, guck mal hier, das sieht voll cool aus. Wo? Ja, oder so. Lass mal hier hingehen. Da muss man irgendwie so jump and run. Äh, nein, komm, lass, 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 lass. Flo, ich fände so lustig, wenn du runterfällst und sterben würdest. Ich mach das jetzt. Ja gut, dann still. Ich hab TNT. Warum wollen alle ins Screen ohne Wind? Das war der von letzter Runde. Das war einer von letzter Runde. Ne, das war der nicht. Ja, schreib mal gerne warum. Schreib mal warum. Schreib mal nicht gerne. Vorsicht, TNT. Keine Ahnung. Ähm. Schreib okay. Ähm, lass mich überlegen. Ich hab zwei Eisen. What the fuck? Ich kann ein... Ich hab 13 Pfeile, warum? Absurd abgetorben. TNT und sonst ist nix da drin. Leute, ich hab das Archivement auf. Scheiße, ich muss was essen. Alter, meine Melonen wird mir so viel bringen. Leute, hier, ich schenke die euch. Hast du die Blenden? Nein, leider nicht. Oh, ich hab das entschieden. Ich liebe Verstecken herhalten. Wo seid ihr? Oh Gott, wie viele ihr sind. Ja, komm, den, den Fokus haben wir hier. Hilfe, Hilfe. Alter, Leute, wie kämpft ihr denn bitte? Alter, Flo. Flo, brauch Hilfe. Okay, einer ist tot. Und der zweite ist tot. Ja, Schwert! Nein, ich hab das nicht, scheiße. Äh, das Eisenschwert mit Schärfe ist eh besser. Ja, eben. Habt ihr jeder ein Eisenschwert mit Schärfe? Ja. Nee. Ah ja, ich hab eins für dich. So. Mit TNT und Bogen? Was? Mit Bogen? Ja, mit allem. Nein, lass nur Eisenschwert und Eisenrüstung. Dann bin ich schon enttäuscht. Nein, da musst du drauf. Nein, ohne alles andere. Ja, okay, dann los. Nein, warte, Alter. Ich muss mein Inventar jetzt schön mit Essen vollstopfen. So. Ja, weil du ja auch so viel Essen verbrauchen wirst. Ja, dann kann ich nichts Falsches machen. So, also nur Eisenschwert mit Schärfe 1 benutzen. Mehr nicht. Ja, ja. Torben, kein TNT, keine Angel, kein Bogen. Kein TNT. Oh Gott, das kommt zu mir. Hilfe, Torben, ich bin hier. Okay, go, go, go. Ey. Alter. Ey, Torben, ohne weg. Ey, Torben, ohne weg. Ey, Alter, ich wäre jetzt bei einer in Lava gelaufen, ne? Okay, Torben. Guck mal, hier ist Lava, das voll mies. Geht's los? Mann, Flo, du bist so gemein. Warte, ich muss eben mein... Ey, komm, jetzt tut die ganzen Sachen weg. Okay, dann geht's jetzt... Moment, ich verbrenne eben meine Sachen. Ey, jetzt hast du's kaputt gemacht. Nein, komm, jetzt lass einfach los. Ja, ich muss eben mein Inventar mit Essen zusprachen. Und jeder geht drauf, keiner hält sich zurück. Ja. Ja. Ja, Frau Mama. Irgendeiner sammelt das gleich auf, weil ich seh's schon. Komm. Ey, ich kann's nicht aufsammeln. Guck, Tobi. Tobi... Oh, ein bisschen hat sich... Okay, go. Kommt. Nein, okay. 3, 2, 1, go. Loll, wir beide die gleiche Entscheidung hatten, Tobi. Ey, Floro. Hä, was, Flo? Alter, jetzt geht ihr beide auf mich, ihr Hurensöhne. Ich hasse euch. Der Zorben hat dir nur ein... Äh, Tobi hat dir nur... Ey, Zorben. Hä, was? Auch ohne Heiltrink. Tobi, wir gehen beide auf Zorben. Ey, Leute, ihr seid solche Arschlöcher. Stopp. Ja, Entschuldigung. Ihr habt mich direkt von Anfang an gefokust... Hä, nur ich, ich bin... Nein, ihr habt von beiden Seiten geschlagen. Nein, Tobi, ich hab dir fünf Schleser oder... Hä, nein, du, von beiden Seiten kamt ihr am Anfang. Und da hab ich nur noch zwei Leben gehabt. Nein, aber Thor, ich hab dich geschlagen. Nein, Flo. Alter, das war uns für das Torben noch den Healsbäld, so hab ich Leben verloren. Am Ende... Ey, ich hab... Deswegen hab ich dich ja... Ey, ja, ich dachte... Ich dachte... Ja, toll, ein halbes Herz. Ich dachte... Ey, die haben ohne alles gesagt worden. Ja, ich dachte nur, was am Gegner keinen Schaden macht. So, na, das klingt logisch. Ähm, ja, egal. Ja, wir sehen uns in der nächsten Runde.